Hi Freunde und Willkommen zu einem weiteren BO4 Beta Video und zwar zocken wir ein bisschen Einnahmen aus Spätherrschaft Stellung ist schon sehr geil in dem Spiel und ja wir wollen das Spiel noch ein bisschen weiter auf erhalten und so ein bisschen weiter in das Spiel rein zocken und ich denke auch das kriegen wir hin Ey das ist so geil ich weiß es ist zwar nur eine Beta aber für eine Beta ist das schon richtig scharf Ich freue mich schon so derbe auf Oktober wenn das komplette Spiel dann draußen ist auch mit dem Blackout Modus richtig bombastisch Wir zocken wieder mit den Ruin oder mit dem Tor der Tor ist auch richtig geil Macht mir der Witz Fun Und die Grafik ist auch so knackig Es lohnt sich richtig auf jeden Fall Ja Mann gleich gehts los sauber Doppel XP Nice Ja wir nehmen natürlich die Klasse wieder Ich glaube ein Motorrad Knife Try Art Try Art Richtigen Hammer aus mit Black Ops 4 Ja Ich glaube ein Motorrad Knife Ja Nehmt die Ziele ein Natürlich nehmen wir die Ziele ein Natürlich nehmen wir die Ziele ein Chari wird gesichert Ja C gesichert Wir haben den Vorteil Gucken wir mal was wir so gerissen kriegen Nehmen Alpha ein Na wo bleibt ihr Ja Tja Wir haben den Vorteil Aber das wird nicht mal nicht gut machen Ja Tja 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 nein verdammt so kurz vor der drohne das wäre es natürlich gewesen das spiel ist aus dem haben wir sehr schön den haben wir auch nice der wird uns gemacht oder wir waren einfach nur zu langsam wir verlieren einfach wieder von so einem scheiß kämpfer geholt wie ich das hasse egal welches spiel man hat keine ruhe vor denen aber egal ich lass mir von denen das spiel wir verlieren wir verlieren wir verlieren alle orte gesichert positionen halten egal ich zock einfach mal so just for fun wir verlieren wir haben B verloren der Feind hat A übernehmen bravo hey von hinten alter Drecksdorf komm wir verlieren B hey alter da geht noch mehr definitiv geht da noch mehr wir haben B verloren feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet ey mann ich hasse es bravo wird gesichert nehmen Alpha ein bravo gesichert der Sieg ist nah macht alles klar dann gehen wir nach hause die die alter da geht noch mehr komm schau ich da nicht raus die Sau Oh Gott, ich bin so schlecht. Das sollte es da im Moment sein, naja. Nehmt das Ziel ein. A wird gesichert. A ist abgesichert. Wir gewinnen hier. Der Main hat Ziel. B wird gesichert. Ziel erledigt. Waaat? Wie geht es nicht weiter? Nehmen B ein. Ich nehme Klipp, Alter. Stopp! Ja, Mann! Weggepockt den Affen. Ah, verdammt! Wie geht es nicht? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Recon ausgeschaltet. Wie er da oben rumkämmt, Alter! Was ne Pussy, Alter! Ha! Ich hab ihn trotzdem noch geholt, sehr nice! Wir verlieren B! Nein, verflucht! Kommando, herr bitte eine Drohne oberhalten! Charlie wird gesichert! Komm! Da kommen wohl keine mehr! Feindliche Drohne über uns! Die 10 Baden! Ja, Freunde, wie gesagt, gefällt euch das Video? Lasst Daumen nach oben da! Supportet, schreibt in die Kommentare, ich würde mich riesig drüber freuen! Missionsziele in Sicht, bringt es zu Ende! Ja, Mann! Trotzdem so... Junge, du Lappen, Alter! Kannst du mit den gekühlter Fische fangen gehen, Alter! Wenn du denkst, du kommst hier einfach so davon! Ja! Ah, fuck! Aber Sieg, ja! Wir haben getan! Sofort würde ich mich sehr freuen! Wir sehen uns bis zum nächsten Video! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Oh. Oh.